mein Freund Achso, ja, da das nehme ich und du nimmst es und ich weiß nicht mehr hier haben wir das Auge nicht mehr doch, da mein Verpiss dich, du Affe ah, das kann ein Auge empfiehlt Liebe mein Auge findet lieb Giraffe hilft dir schneller aufzusteigen, ja, Scheiße Achso Install Ball schießt mit seinen Photon auf, wow und den behalte ich meinst du, ich brauch bessere XP brauchst du nicht erstmal XP XP ist mir egal eigentlich naja, und so schnell kriegst du die Punkte naja, egal naja, egal, komm na willst du XP-Typen behalten? ja so schnell bin ich durch ne, wir haben es fast durch guck, das sind die drei Letzten ne, ich glaub, da geht's noch ein bisschen weiter ah, zum Glück nicht mehr alles ich mag das Level oh, schon cool, ne ja Hauptsache das Auge kann mega weit springen das Auge hat's drauf oh, ja jetzt wieder schön XP und Geld sammeln Alter wie viel ziehst du Auge greif dir an, los du sollst nicht auf mir schießen so oha hat das über 100 gezogen? ich weiß es nicht ich hab grad nicht hingewenzt ne, különst fünf oha man, schießt ey, halt halt stopp, Alter guck mal, wie viel Geld man hier droppt ey, du kannst ein Alien auf ein anderes Alien schmeißen, damit das Alien stirbt boah fuck fuck liegt so viel Money was kommt als nächstes? Neandertaler? Dragon Ball bestimmt kriegen wir das Alien eigentlich da oben? jetzt wieder der Kollege Alien mhm war es nur 600, war es ein Schwächling ja, und, ne? das die Ruinen macht's, ne? mhm kannst du was übersetzen, was da drauf steht? äh, Achtung, Geheloos aha diesmal sind weh nicht so blöd die Trailer hat ja damit nichts zu tun mhm die tut daran, dass ich ein Problem mit meinem Toiletten-Training hab ah, haha schnell Vorsicht, Dämpfe oh ich kann einfach so durch ich würde empfehlen, nicht auf diese ja ok komm nicht mehr durch komm nicht mehr durch bleib hier mal bei denselben Helm ja, ok, ich komm nicht mehr durch, doch sorry sorry egal, einfach Radrücken äh, ich will mich nicht beleidigen, weil es wird dir dämlich vorkommen äh? ich will mich nicht beleidigen, aber du sollst dir etwas dämlich vorkommen äh? ich will mich nicht beleidigen, aber du sollst dir etwas dämlich vorkommen nee, an die Saitung drück X hab die viele Roten umgebracht oh nee, wie kriegt das Geld da eigentlich, wenn ich die da hinten tröte mhm, Geld also hier kann man richtig gut Geld fangen mhm äh, die Schaufel hat uns gar nichts gebracht, ne nur viel ist eingekommen äh, einen kurzen Abspar ähm, guck mal auf dem Hintergrund da, wo das UFO abgestürzt ist ja, sein mhm, was heißt das? Schaufel da wo man sein sieht, würde mal mehr sein sein mhm meinst du, wir müssen da noch hin? natürlich hab wir auch schon eben gesehen, als wir die Levels gewählt haben ja jetzt müssen wir also nicht in diesen Rauch stecken ne ich versuche es mal ein Furz der Ruinen für Endo ich bin nicht dein für Endo ja jetzt hat er uns die irgendwas so richtig ok zickzack scheiß auf das Geld nein ah, diesmal wirst du kommen schön, ja nein ja, schön man nervt nicht danke Auge ok oh man nein nein haben wir es trotzdem geschafft, ja nur du bist abgekriegt Lama aber die haben keine Hüte äh ey, der kann spucken ey, der kann spucken ich spüle ich spucke sie da aber echt wenig egal ja, scheiß auf das ey guck mal dein das Alien ja meinst du wegen der Witze? ne, eigentlich mein ich weiß da so rumliegt ach so mit ne Granate oder so ja oh jetzt haben wir es sogar mit dem zu tun äh talibane oh nein oh spiel mit den Einborn hast du das gesehen? ich bin mir gerade, ich frage mich gerade selber äh, ich hab doch eigentlich schon Dingsgespielt äh hier, meine dritte, äh, Magie ja die war der Kombo beziehungsweise gab es überhaupt 3x äh, und dann im Beschluss Y macht er aber nur das macht er aber nur das bitte ah vielleicht musst du eher Täter zudrücken ne der Opa belügt dich von hinten bis vorne die 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 könnten weiter ja, gehen wir weiter die brauchen nichts die sind echt dumm ja so gewinnen wir den jetzt die Zeit joa es ist fast so als ob wir den Aliens nie begegnet sind ja hast du gesehen, ich hab ihn tot gebuddelt echt? ja ja nee, muss ich mir hinterher einziehen ach, die sind da mit dem Tornado so dort Banane zack, zack, zack schön, dass wir auch mal wieder Geld haben oder? du sagst fast gar nichts ja, ich bin gerade konzentriert auf was? tut mir leid, ich weiß nicht Marihuana ah noch neues Tier das nehm ich dann, ne? weil meins ich hab keinen Bock jetzt von Flappel oder so über dir zu sein jo naja, ist ja auch nicht schlimm guck, siehst du? das hier hat Scherzer angezeigt die sind keine Xen mehr das sind keine Markierung doch, doch doch, doch ich beschütz dich oh oh ist das ne Bratwurst? das ist dieselbe Waffe, die die ich hab gönn die Bratwurst gönn die ich bin da runter ich bin da runter warum töd ich die? ups jetzt glaub ich alles nochmal versteckt ja die ist stärker die ich jetzt auch guck nun wurde diese Krass nimm die Eile in Witz in Walsch 2 die die du hast es ist auch mal Kartoffelschäler und du hast ne Bratwurst doch keine Bratwurst sieht aber so aus was muss man eine alte Waffe das war meine deswegen scheiße ich weiß nicht mal was die Bratwurst kann wir können jetzt die Bratwurst schälen ja ok du hast die schäleichne Bratwurst ja rein da ist das neue Abspann jetzt? äh ja gut ich frag mich guck mal wie sind denn die Ritterstadt angefangen oh du bist sehr tot ne ich liege hier nur so zum gammeln ich hab dich doch gerettet ne ne hast du nicht noch nicht so du hast die Bratwurst hier kannst du ja gar nicht danken dabei äh was soll das zu Taliban Nuss Auge oh oh tut mir leid oh scheiße kann man die vergessen? ja das haben wir auch noch was? achso komm her du Taliban hey lass mich los alter wird schon wieder tut? ja scheiße wie soll ich da mit klar äh hast du noch nen Drang? ja hab ich dann setz ihn ein wenn du stirbst sind wir verkackt egal lol oh ja so nahe in den r er war im der ja der er hat den sie sagen er hat sich er muss ja und so nicht ich weiß nicht mal wie man wächst jetzt wir sind wieder in Zauberin was wollten wir auch ein Waffen werden oder ach genau ich würde nach Waffe gucken Marco Martins werden das so gedingt es hat nichts auszuhören Kommand genau dasselbe bloß mit Feuer ja oder ist das jetzt ein Bug was hatte ich vorher ich hätte voll so nicht diesen Hammer oder an die Idee hatte ich vorher bloß ist dass da nichts vielleicht war in kurz Bratwurst auf den hattest du davor hier ja mal guck mal meine halt noch zu holen perfekt Magie Plus 1 das ist immer und gar nicht so schlecht was in was wir Kölzen Bratwurst nehmen 9 n n warte ich nur mal kurz da kannst du dann Bratwurst nehmen nö wenn du es sich gedroppt hast ne glaube ich es wird ein Schäler nicht mehr woher Schäler ist aber echt heftig guck mal aber diese Alien-Knarre hat genau alles perfekt bloß Feuer dazu guckt es hat keine Effekte das ist das was du bis Minus hast geht weg und hast Feuer ja ist das ein Blaster oder ist das ein Klopper Klopper ne was hatten wir nicht irgendwas an Tier oder so ne ne nö ok wir haben eben nur den Elden freigeschalten wir haben hier noch kein Schaub oder guck ach ne da oben geht es weiter aber wie ist jetzt die Frage aber wir bestimmt nach dieses Level müssten wir nach unten drücken oder so oder halt ich muss auch ich habe ja gar keine mehr gehabt ey ja ich ja ich die Geld ne ähm da oben war noch ein Weg eben wie wo ach so du meinst da bei den Alien hier brauchen wir noch die Waffe ne ja ja warte mal das hier hatten wir geschafft ne ja hm kriegt man vielleicht später frei fehlte hier uns das Tier irgendwo doch irgendwo gab es noch so ein Vieh ne hier hatten wir dieses ja doch schon mit ne da oben ne dieses was verteidigt ne 300 hat das gekostet ne ich glaube hier war nur das andere ne hier ist das so hast du entnehmen dann lass ich das Geld die jene weil wir brauchen ja dann die Dinger in die Sammlung das war eigentlich auch Erfolg gekriegt ne was denn für ein Prozent das müsste ich dann mal gleich gucken das müsste ich dann mal gleich gucken das müsste ich dann mal gleich gucken